Ja, unser Word entwickelt sich schon fast zum Bildbearbeitungsprogramm. Ich kann hier eine Grafik anklicken, ein Bild, und dann habe ich hier die Bildtools. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, zum Beispiel entsprechende Korrekturen anzuwenden. Ich kopiere mein Bild mal im Original, dass wir hier das Original noch für andere Dinge verwenden können. Und ich arbeite dann hier auf der Kopie. Ich kann hier zum Beispiel sagen, ich kann hier, falls das Bild unscharf wäre, kann ich hier sagen, entweder schärfen. Es geht dann in die Richtung, es wird dann hier etwas grobkörniger. Oder ich kann auch sagen, weichzeichnen. Dann sieht man hier die Umrisse etwas verschwommen. Man sieht jetzt hier von dem Original, das war das Originalbild, und hier ist es ein bisschen verschwommen. Und das Ganze kann ich natürlich wieder rückgängig machen, indem ich hier schärfen 0% anklicke. Dann ist es entspricht dem Ursprungsbild. Oder ich kann hier 50% schärfen auswählen. Ja, ich mache hier noch eine Kopie. Ich kann hier nicht nur schärfen und weich zeichnen. Ich kann hier natürlich auch die Helligkeit verändern. Und zwar auch im Verhältnis mit dem Kontrast. Ich habe hier dann verschiedene Möglichkeiten. Also hier ist der Kontrast und die Helligkeit. Also die Helligkeit hat abgenommen, der Kontrast zugenommen. Dazu kriege ich hier so ein Bild, so fast Abendstimmung. Ich kann das aber auch ins Gegenteil umdrehen. Ich habe hier 40% Helligkeit, fast kein Kontrast mehr. Und dann sieht das Ganze hier so überbelichtet aus. Das könnte ich zum Beispiel brauchen, wenn ich das Bild freistellen möchte, wobei man hier an den Rändern sieht, hier sind noch Reste vom Bild enthalten. Da müsste ich dann anders vorgehen. Man hat hier nicht nur diese Korrekturen in Helligkeit und Kontrast, sondern ich kann auch noch entsprechend die Farbsättigung auswählen. Also hier ist das Bild praktisch entsättigt, schwarz-weiß formatiert. Ich kann aber auch sagen, die Farben, die sollen intensiviert werden, sind dann praktisch hervorgehoben. Oder ich kann auch entsprechend einen neuen Farbton hier vergeben oder dieses Bild komplett neu einfärben, wenn ich sage, okay, es soll hier ein Rotschimmer erscheinen. Ich kann hier auch das Ganze hier so blau formatieren. Und was ich hier noch machen kann, ist, dass ich hier weitere Farbvarianten hier entsprechend auswähle. Ich kann hier sogar auf weitere Farben gehen und kann mir hier einen entsprechenden Farbwert dann aussuchen, indem das Bild dann praktisch eingefärbt wird. Ja, es gibt noch eine Funktion, allerdings funktioniert es nur bei bestimmten Grafiken. Ich habe hier bei Farbe, transparente Farbe bestimmen. Wenn ich hier also jetzt einen Farbbereich auswähle, dann wird die hier transparent. Das ist ganz praktisch, wenn ich dieses Bild über ein anderes Bild, dazu muss ich das natürlich in den Vordergrund schieben, auf ein anderes Bild einfügen möchte. Und dann sehe ich hier praktisch, ist das Bild ausgeschnitten. Allerdings eignen sich hier nur Bilder, wo praktisch der Farbhintergrund dieses Bildes gleichfarbig ist, weil hier praktisch nur gleiche Farben auf transparent gesetzt wird. Und hier bei diesem Hintergrund, der aus mehreren Farben besteht, funktioniert das halt nicht sauber, sondern hier müsste man jetzt hergehen und in einem Bildbearbeitungsprogramm diese drei Pinguine entsprechend sauber freistellen. Ich kann hier noch weitere künstlerische Effekte setzen. Wir hatten ja erst die Korrekturen und die Farbe. Und wenn ich hier draufgehe auf künstlerische Effekte, dann sehe ich, ich habe hier noch weitere Möglichkeiten zur Auswahl. Also hier zum Beispiel diese Bleistiftzeichnung oder hier, dass es ganz verschwommen ist. Das zeigt mir auch immer sofort das Ergebnis an, wenn ich hier mit der Maus drüber fahre. Hier haben wir so ein Hintergrundleuchten. Hier haben wir entsprechend solche Kacheln, die hier drüber gelegt werden. Oder hier sieht das Ganze aus, als würde man durch eine Scheibe schauen, die hier entsprechend gewählt ist. Wenn man das alles dann doch nicht haben möchte, hat man hier die Möglichkeit, entsprechend das Bild wieder zurückzusetzen. Und eine Möglichkeit gibt es noch, die Dateigröße entsprechend zu komprimieren. Wenn dieses Bild, das hier eingebettet ist, in der Originalgröße vorhanden ist, bläht sich diese Datei natürlich auf. Und ich kann hier hergehen und sagen, Bild komprimieren. Und dann wird der Inhalt dieses Bildes so weit runtergerechnet, dass es eigentlich nur noch für diese Darstellung auf Papier und mit einem Standarddrucker ausdruckbar vorhanden ist. Und die ganz große Größe, die ist dann nicht mehr vorhanden.